Frenkel frotzelt Heute Let's play GTA 5 Der Verbrechenssimulator So, wo ist jetzt dieser scheiß Ammunition? Das war doch nicht so weit auf der Map Okay, uah Keine Ahnung, was ich da eingestellt habe jetzt hier Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch Auf den Flughafen, das machen wir jetzt Egal wie lange das noch dauert Das blöde Flugzeug-Clown, das will ich mal ausprobieren Warum kann ich denn nicht da abbiegen? Da stimmt doch irgendwas nicht, da ist doch der Navi irgendwie kaputt Sag ich doch Da ist er doch Ja genau, pass mal auf wo du rumläufst hier mitten auf der Straße So Damn Gib mir das Beste, was du hast, wie immer So Und jetzt Zum Flughafen Das wird zwar eh nix, aber egal, ihr wolltet es so, dann mach ich das jetzt auch Noch einen kurzen Blick drauf, was ihr geschrieben habt, da kann ich gerade noch mal einen Schluck trinken Ähm Okay, mein, äh, einer Moderator, der Felix, muss jetzt weg Ciao, ciao Bis denne, danke für die Hilfe Ich bin gerade über die Tramgleise gefahren Äh, Seilbahn fahren brauche ich nicht, das habe ich schon mal Ja, ich dringe mal einen Schluck und dann fahren wir zum, zum Flughafen Und dann versuche ich das mit der scheiß Boeing, ich habe doch keine Ahnung Huch, was ist denn hier los? Oh Wie konnte denn das passieren? Tschüss Verkehrsraudis überall So Ich habe keine Ahnung, wie man bei diesem Flughafen überhaupt reinkommt Wenn man nicht gerade in einen Panzer fährt Das ist überhaupt die Idee, ich hole mir ein stabileres Gefährt Ich glaube, das ist besser hier So Ich weiß nicht, ob man da reinschleichen muss Ähm, sich durchballern muss Ich werde mal schauen, ob ich irgendwie Irgendwo reinkomme, keine Ahnung Noch könnt ihr mir das ja vielleicht schreiben Einen Tipp Habe ich das jetzt richtig markiert eigentlich? Sieht gut aus Okay, dann hier lang Und äh, ja, dann hier rüber Und dann einmal hier im Kreis rum Weg da Ist heute Sonntag oder so Die schleichen alle So, da vorne geradeaus Und dann sind wir schon da Die Frage ist nur, wie komme ich rein? Oh, ich muss da rüber Wo stehen denn die Flugzeuge? Ist da irgendwo ein Rollfeld? Mal gucken, mal Ja Den normalen Weg werde ich ja nicht gehen können Aber warte mal Das war doch die Stelle, wo ich schon mal rein bin Da gibt's dann auch Wachleute Da muss ich dann einfach mal vorbei rennen wahrscheinlich, oder? So, habt ihr mir noch einen Tipp geschrieben? Ja 19.12 Uhr hat er mir gerade durchgesagt Wir machen jetzt noch 8 Minuten Dann haben wir die Stunde voll Ja, ein bisschen später angefangen Dann ziehen wir das jetzt noch ein bisschen länger durch Ich muss jetzt bloß irgendwie überlegen, wie ich da reinkomme Das weiß ich nämlich leider überhaupt nicht Und wenn ich mich jetzt da runter stürze Dann bin ich wahrscheinlich verletzt Aber ich weiß, hier kann man rein Das Problem ist nur, da ist alles abgesperrt Und dann sind irgendwelche scheiß Wachleute Kann ich irgendwie mit dem Truck da unten runter fahren? Das ist die Frage Ich könnte natürlich auch einen Flughafenbus klauen Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit Aber ich muss erstmal irgendwie da runter kommen Ah, Moment Da ist alles abgesperrt Scheiße, ah, wartet mal Ich glaube, hier bin ich richtig Jetzt bin ich zumindest schon mal eine Ebene weiter unten So, wenn ich jetzt noch irgendwie schaffe Durch die Schranke da zu fahren So, das gibt jetzt gleich mächtig Ärger, ne? Oh, die schießen jetzt schon auf mich Das ist ja total bescheuert Okay, dann muss ich jetzt einfach mal da durch Und das Beste hoffen Jetzt ist natürlich wieder dunkel Wo ist denn hier scheiß Boeing 747? Ist das die Große hier? Die Große hier, ne? Die Gelbe da, oder? Die Gelbe ist es, oder? Die Gelbe Wie kann ich da einsteigen überhaupt? Ich habe keinen Plan Ich habe überhaupt keinen Plan Wie komme ich denn da rein? Wo ist denn da der Eingang? Kacke Ich kriege eh gleich Ärger Kann ich da nicht irgendwie Okay, wenn ich einfach auf einsteigen drücke Dann geht das nicht Scheiße, das hättet ihr aber mal sagen können Wie ich das überhaupt hinkriege Wie ich da einsteigen kann Geht das überhaupt? Kacke Was ist jetzt los? Hubschrauber oder was? Toll Warte, ich drücke mal schnell Pause Vielleicht Ähm Ja, okay Aber ihr habt mir noch keinen Tipp geschrieben Ich bin gleich tot jetzt, verdammt Ich weiß nicht, wie ich in das Ding einsteigen kann Das ist ja total blöd Ich komme da nicht rein Warum steigt ihr nicht ein? Hallo? Scheiße Kacke Ja, das hättet ihr mir mal sagen müssen, wie das geht Polizei Blöder Penner da oben Schreibt mir doch bitte mal, was ich machen muss Wie komme ich in diesen scheiß Boeing rein? Pause Geht du dir mit vier... Na, falsches Flugzeug Na, toll! Das überlebe ich jetzt nicht mehr Vier Triebwerke Ja, die kleine da hinten, die habe ich schon mal geklaut Oh, da ganz da hinten ist noch eine größere, oder? Ja, ist gut, nicht auf mich schießen Seid mal nicht so böse hier Ja, alles klar Tolle Wurscht Einen Versuch haben wir noch, ne? Und dann machen wir Feierabend Das ist keine 747 Ach was! Es war vielleicht gerade ein bisschen stressig Ich habe vielleicht gerade ein bisschen Panik geschoben, ja? Saftnasen da Okay, also einen Versuch mache ich noch und dann ist Feierabend Und ich werde dann direkt reinfahren und dann eine Scheiß Maschine mit vier Triebwerken suchen Wie weit ist das denn jetzt wieder? Das scheint doch mal ein ganz geeignetes Fahrzeug zu sein Ja, ist gut, komm, fahr auch mal los, bitte Bei Gelegenheit, okay Ähm Oh man, ich bin wieder am Arsch der Welt, ne? Ich werde jetzt erstmal kurz nochmal Wo kriege ich jetzt wieder was her? Oh, da, ums Eck, da ist gleich was Da fahren wir zuerst hin So, Alarmanlage ist endlich auch aus Sehr schön Ja, ist gut Ich glaube den Laden kenne ich, da war ich schon mal Ja, 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 der ist altbekannt, da war ich schon öfter Das ist doch auch die Gegend, wo die Straßenbahnschienen sind, ne? Glaube ich Das ist ja total blöd, dass meine Stimme eine Sekunde zu spät kommt Das ist auch wieder blöd, wenn ich die Videos hochlade Auf YouTube, das gibt ja gleich wieder Dislikes Weil es ja asynchron ist Weil es ja asynchron ist Schreiben dann aber 5000 Leute drunter Hältst du dich asynchron? So Geh weg Hi Wenn mich nicht alles täuscht Muss hier irgendwo Sein altes Haus gewesen sein Und da war irgendwo Straßenbahnschienen, oder? War das nicht hier in der Gegend? Okay Ein Versuch noch, haben wir gesagt Den machen wir jetzt hier Nochmal zum Flughafen Falls ich noch einen größeren Truck finde, werde ich den natürlich wählen Das wäre nicht schlecht, glaube ich Die Idee an sich ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt So, oder ein Bus Zum Schluss noch ein bisschen Omsi Hoppla Schleudert ganz schön hier So Also nochmal Und dann ist Feierabend, haben wir gesagt, ne? Ja, ist gut Hoppla So Links halten Ja Moment, ich soll zum Einsteigen Zum vorderen Fahrwerk Eine 747 hat zwei Decks Okay, nochmal gucken Ob wir das hinkriegen Das ist ja blöd, wenn da ein Flugzeug rumsteht Immer das dann gar nicht einsteigen kann Das ist ja voll fies Dieses blöde gelbe Ding da Dann war das auch noch so in Signalfarben Das war so verlockend Scheiß Dreck Mist aus der Hölle So Jetzt muss ich wieder da runter irgendwie erst, ne? Das habe ich wieder völlig vergessen Aber Aber Das war doch da vorne möglich, ne? Da bin ich runtergefahren Kann ich auch hier runterfahren? Ne So Äh, ja Wer hat das Auto geliefert? Äh, scheiße, das waren die Bullen Kacke Verdammte Mistkacke Na gut, jetzt kann ich grad direkt reinfahren Ist jetzt eh schon egal Jetzt hab ich schon eh schon alle an der Backe Wo ging's denn rein, hier? Mach das scheiß Tor auf Oh, Kacke Ja Ja, ist gut, ey Dass ich das geahnt hätte So, also Geldes Flugzeug, schlechtes Flugzeug Zu kleines Flugzeug Ganz kleines Flugzeug Ganz blöd Ganz großes Flugzeug Vier Triebwerke Ich seh's Aber ich glaub das wird wieder nix Weil jetzt die Polizei mich, äh, an der Hacke hat Seid doch mal nicht so streng hier Blöde Idioten Geht mir halt auf den Sack hier Jetzt bin ich eh gleich wieder tot, ne? Komm raus Flugzeug Fahrwerk Ich hoffe das ist jetzt die richtige, sonst hab ich keinen Bock mehr Jaaaa Gib Gas, Alter Ich weiß nicht, wie das Fliegen geht Scheiße Ich geb Gas Aber er fährt nicht los Warum nicht? Ich hätte Flugstunden nehmen sollen Ich kann nicht losfliegen Ach, ich muss erst rückwärts raus Liebe Scheiße, ey Das wird nix mehr, ne? Kacke Ich kann irgendwie nur rückwärts fahren Warum? Ah, jetzt, okay, so drum Ist alles klar Und jetzt versuche ich vorwärts zu fliegen Komm Weg hier Scheiß Wendekreis, ey Kacke, ich muss noch weiter zurück Ähm, ja, jetzt muss ich hoffen, dass ich schnell genug wegkomme bevor sie die Panzer holen, vermute ich mal Was stellst du die da in den Weg Die haben sie wohl nicht alle Also grad bin ich ganz gut geschützt, hab ich das Gefühl Ich komm bloß nicht hier weg, wenn ich nicht ordentlich Ah, warte mal Genau, drehen muss ich drehen So, und jetzt ist das eine Startbahn Ach, kacke, ich geh kaputt, oder? Komm, gib Gas Das Ding fährt nicht vorwärts Warum denn? Ah, jetzt Ja Ähm, also vielen Dank für den Tipp Lustig war es auf alle Fälle Ich glaube, ich komm hier nur nicht mehr weg irgendwie Weil ich nämlich nicht abheben werde gleich Weil ich zu langsam bin Weiß ich dauernd die Polizei mir in den Weg wirft Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich finde, das ist ein guter Schluss Ich werd das nochmal normal probieren In meinem Let's Play für euch Ja, ich bedanke mich Und verabschiede mich jetzt Und sag, schönen Abend noch, ne? Ihr Nasenbären Ich bin weg Ich bin raus